Achtung Achtung, jetzt wirds wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde Borderlands 3 zusammen mit M.G. Guten Tag. Und wir müssen jetzt den ganzen Weg zurück. Sicher, dass wir komplett zurück müssen? Bin ich sicher. Hier ist noch ne Kiste. Jaja, hier war man ja auch noch nicht. Da hinten auch. Aha, ein paar Dollarchen. Äh, ne 129er Pistol wäre hier. Ja, passt schon. Ach, im Übrigen, ich bin ja jetzt Level 6, jetzt kann ich ja die Größenbomben rausholen. Ich kann auch mal gucken, was ich noch zu hab. Ich hätte ne 129er im Angebot. Die ist ganz cool. Aber das ist ne Sniper. Sniper hab ich jetzt gar keinen Bock drauf. So, ich glaube, ich bin gut ausgerüstet. Ah, das ist auch ne Sniper, die ich hab. Okay. Ne, die wollte ich auch nicht. Ja, gut, die nehm ich. So, dann gehen wir mal weiter. Ich hab aus Versehen ne Granate geworfen. Ich wollte jetzt nicht fragen, aber... Ja, passiert, ne? Alter, wie viele Kisten das hier rumliegen. Oder Sachen zum Luten. Was ist hier jetzt so ein... Da hinten wären jeweils Missionen. Ja, ich guck gerade. Wir nehmen die andere schon mal an. Vaughn, Alter. Weißt du was über diese kleinen KDK-Statuen? Ja, aber die weiß ich nichts. Die Kinder der Kammer lassen diese scheiß KDK-Statuen überall zurück. Weißt du was? Wir zeigen es diesen Möchtegern-Göttern und stellen unsere eigenen Götzen her. Nach meinem Vorbild. Vom kantigen Kinn bis hin zu den legendären Waden. Finde zuerst alle meine Steckbriefe. PS. Ich bin sehr begehrt. Ich bin sehr begehrt. Wenn wir den 3D-Scanner mit den Bildern von mir füttern. Dann können wir die Statuen drucken, die aussehen wie ich. Okay. Das wird den Kalypsos gewaltig gegen den Strich gehen. So. Ich hab mir nicht vom Hyperion-Buchhalter zum Banditen-Kriegslord hochgearbeitet, nur um wieder Befehle zu befolgen. Als ich dem beschissenen Kult nicht beitreten wollte, hat Tyreen Kalypso eine Prämie auf meinen knackigen Namen. Oh, ist ein Gegner? Hä? Ich dachte, das wäre ein Sniper-Loy. Ich raucke es noch, Bro. Alter, der hat die Waffe. Wieso wirft der die Waffe? Das ist ja geil. Wie ist der wirft die Waffe? Wenn ich nachlade. Mhm. Pass auf. Ich schieße einmal und jetzt lade ich nach. Dann wirft er die Waffe. Und die spawnen dann neu. Krass. Aber lustig, meine Waffe sieht ja wie so eine Sniper aus. Ach, die explodiert dann. Und das ist so gar keine Sniper, meine Waffe. Hier ist noch eine Kiste. Den Effekt finde ich gerade lustig. Ja. Hier unten ist auch nochmal ein Gegner. Aua. Hinter dir. Ja. Der Entity ist tot. Ich habe gleich keine Moon mehr. Fuck. Ich werfe munter meine Waffe. Alter, aber die verzieht ewig. Eine Munizierung, ja. Wir könnten aber auch eine Schnellreise machen. Ey, das ist langweilig. Also durchballern, meinst du? Ja. LOL. Ich habe dieselbe Waffe. Ja, ja. Die ist richtig lustig, finde ich. Die explodiert halt dann. Was ist hier noch? Hä? Hier ist doch auf der Karte ein Symbol, wenn ich bin. Ah, hier oben vielleicht. Jemand hat diesen Cliprap aufgehangen und zu einem Lautsprecher umgebaut. Tipper Baris, wir sind keine Lautsprecher. Wir sind keine Lautsprecher. Boah, ganze 36 Munition habe ich. Läuft bei dir. Wo bist du schon? Er ist schon da hinten. Ja. Welchen Wagen willst du? Keine Ahnung, mir egal. Sind ja beide fachmännisch geparkt. Achso, drehen tut man so, ey. Mein Name war besser geparkt. Also quasi die Straße wieder zurück. Yay. Aber überall könnte man looten, im Übrigen. Ja, aber dann looten wir uns zu Tode, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Dann wird das ein 500-Folgen-Projekt und nicht nur ein 300. Das wird so oder so. Wenn wir alle Nebenmissionen machen wollen und so. Ja, aber nur 300, nicht 500. Achso, ja gut. Schießt du auf mich? Ja. Er sagt ja. Opsi. Er bleibt stehen. Ich muss hier doch durch. Du musst hier doch auch durch. Fährst du hier mal vorbei und sagst, dass du durch willst? Nein. Was ist mit dir? Ich ärgere dich. Ich parke eh wieder auf dir. Ich weiß jetzt schon. Bitte. Ich fliege wieder sonst wohin. Ciao. Ja. Nicht so weit. Ja. Gut. Beste Future an dem Spiel. Ist kein Bug, ist ein Future. Auf uns wird geschossen. Aua. Hä? Von wo? Von hinten. Sollen sich nicht so anstellen. Du schießt auf mich. Ja. Ja. Ich gebe einfach Turbo. Ciao. Ey, die Fahrerei ist ja eklig. Da kam einer links raus. Hast du das gesehen? Ich habe es auf der Karte auch gesehen. Ja, mit dem Autofahren werde ich definitiv nicht warm. Zumindest fürs Erste nicht. Jetzt ein Jump. Jump, jump. Ah, daneben. Na hallo, du musst auf der Straße bleiben. Müssen und tue ich gar nichts. Er fährt irgendwo, ah ne, wir müssen da rechts. Ja, ho, musst auf der Straße bleiben. Müssen tue ich gar nichts. Wir konnten hier vorne, hier vorne mal ein Ausrufezeichen. Ich gehe da mal kurz hin. Haben wir das nicht schon mal aktiviert? Ja, aber aktiviert. Vielleicht müssen wir jetzt abgeben oder so. Könnte auch sein. Ey, Klepp, Klepp. Ersatzantennen. Okay, mehr Willen. War das hier noch? Nichts. Es ist die erste Mission gewesen. Ach, hier ist eine Mülltonne. Okay, dann gehen wir rein zu dem Ding, oder? Ja, gehen wir ins Müllhäuschen. Auswahl, wir da haben. Was ist mit dem? Auch wenn es sehr wichtig ist, dass ich eine neue Antenne bekomme, kannst du diese Mission nebenher erledigen. Und vielleicht suchst du dir dafür ein Fahrzeug. Kammerjäger, hast du wirklich die Kanten? Ja, Firehawk. Die Jagd war erfolgreich. Die Jagd war erfolgreich. Die haben sich jetzt über mehrere Stunden nicht mal bewegt. Und hast du einen meiner Sonnenklopper gesehen? Und wieso stinkst du so nach Arsche und Haut? Dein Clan ist tot. Tareen Kalypso hat sie geschlachtet. Es war abartig. Scheiße, ich hab ihr nie gesagt, dass ich... Nein. Sonnenklopper weinen nicht. Wenn Karin Kalypso eine Blutfäde will, soll sie sie haben. Okay. Blutfäde! Dein Hund pinkelt auf dem Boden. Nein. Doch. Zumindest hast du die Karte. Ich hätte nicht gedacht, das Ding noch einmal zu sehen. Das ist nicht nur eine Karte. Damit haben wir die anderen Kammern auf Pandora geöffnet. Habe ich gesagt, dass ich Level-Up hatte? Ja, habe ich gesehen. Werfen wir einen Blick drauf. Ist eine Weile her. Ey, wir kriegen, glaube ich, eine neue Mission. Geben. Das Ding ist nicht geladen. Ich mach das. Boah, dann lad mal. Verdammt. Funktioniert nicht. Der USB-Anschluss kaputt. Ich sollte es eigentlich laden können. Wir brauchen Hilfe. Es gibt nur eine Person auf diesem Planeten, die weiß, wie diese eridianische Technik funktioniert. Patricia Tennis. Ah, die. Ja. Mh, würde ich auch sagen. Bring die Karte zu ihr. Ich komme nach, sobald ich kann. Muss mich erst um ein paar Dinge für unser Schiff kümmern. Okay. Okay. Dann los. Gut, dass wir hier fachmännisch geparkt haben. Boah. Er geht mir halt auf den Geist. So, wo müssen wir noch lang? Gucken wir doch erst mal. Geh weg. Okay. Ja. Lass dich nicht. Kommst du? Ich bin doch direkt hinter dir. Und meine Anhänger tun alles, was ich verlange. Oh, ich demonstriere. Hey du, sämmel dir dein Lieblingsbein ab. Für Tyrene! Ja! Oh, hier kommt man nicht, ne? Er hat sich beide abgeschnitten. Oh, jetzt versucht er auf den Stimmern. Was machen wir hier? Drehen. Warum? Keine Ahnung. Ach so, gucken, ob wir hier durchkommen. Irgendwie kriegt man doch bestimmt auch. Muss man hier durch? Der Weg ist hier lang, oder? Ich guck nochmal. Man könnte auch außenrum fahren, aber außenrum ist halt. Oder? Hä? Wo müssen wir hin überhaupt? Es ist schon mal, wie kann ich die blöde Karte bewegen? Nee, wir müssen da nicht mehr. Wir haben eine Abzweigung falsch genommen, oder? Wir haben irgendwas verpasst. Ich glaube, ich habe wieder was verpasst. Müssen wir jetzt hier unten? Ich weiß es nicht. Hä? Nee. Komm mal hier. Mütze, wo ich bin. Wo bist du? Hier oben. Ah, okay. Wir müssen hier rein. Wow. Gut, dass dein Köder immer vorläuft. Hm. Okay, hier ist so ein Savepoint. Das ist eigentlich eine Schnellreise, glaube ich. Kann sein. So, hier ist es auf jeden Fall Loot. Hallo, Person, die meine wertvolle und unersetzliche Ausgrabungsschwette zertrampelt. Kann ich helfen? Tennis? Das bin ich. Du musst Lilis neuer Kammerjäger sein. Und du hast die Karte. Ich schätze, Glückwünsche sind angebracht. Das reicht. Hm. Lass mich mal sehen. Wo bist du? Ich bin nicht. Achso. Die will bestimmt damit abhauen. Kann gut sein. Ich glaube, dass gleich Gegner kommen und die müssen wir abhalten. Könnte sein. Deswegen auch der riesige Punkt hier. Ja, hört sich so. Läuft. Hörst du Schreie? Oder hab ich eins meiner Anfälle? Vielleicht. Ich hör immer Schreie. Hm. Hey, superfan. Ist die Karte schon klariert? Wo? Gib sie mir einfach. Dann kannst du Teil der Familie werden. Aber halt, was ist das? Du fühlst dich? Okay. Du hattest deine Chance. Ist echt ein Jammer. Bis dann. Crimson Ferrader. Ich find die Waffe als Granate was besser. Verräter. Wie dem auch sei. Mein Bruder hier wird seinen Tod im Echo Net übertragen. Also, sag nichts dümmlich Heldenhaftes. Ich würde eh was drüber sprechen. Ausgrabungsstätte an. Das ist nicht der Durchbruch, auf den ich gehofft habe. Ich sammle hier mal ein bisschen was ein. Ich bin unterwegs. Kammerjäger. Lass sie nicht in die Nähe von Tennis oder der Karte. Hier eine Waffe. Danke. Bitte. Achtung, KDK. Oh, hier neben uns steht direkt einer. Wo? Was geht mit dem ab? Die kommen jetzt von hier irgendwo. Die kommen halt von überall. Sterbt. Friss meine Waffe. Weiterkämpfen? Ich hoffe, die sind langsam alle tot. Da oben kommen noch welche. Wie kann ich jetzt sagen? Wie geht es mit dem? Komplett! ich habe keine muni mehr nur noch wenig ich habe eine scheißwaffe in der hand naja scheißwaffe kann man jetzt auch nicht sagen interessant er also es ist eine waffe für epileptiker warum die farbeffekte und alles also ich sehe die gegner nicht mal die pistole muss er mit der wasserpistole kühlen ich habe keine muni mehr wechsel die waffe vielleicht hier habe ich wieder 36 schuss perfekt nein aber ihr seid alle noch hier in meinem allerheiligsten also los hast du die karte zum laufen gebracht in anbetracht meines enormen intellekt und meiner beschränkten ressourcen habe ich getan was ich konnte soll das versuchen die selbe munition die karte zu laden aber ihre kräfte haben sie nur noch mehr ausgelaugt ich habe mal geguckt ob da noch muni ist oder so prometheer gute arbeit tennis wir brechen also auf nach prometheer sieht so aus wir müssen vor den kalypsus bei dieser kammer sein ellie hat an einem schiff für uns gearbeitet ich bringe tennis und die karte dorthin wir sehen uns an der startrampe kammerjäger ok du weißt dass ich das verabscheue ich will nur dass meine eridiana expertin sicher ist kennst du noch eine andere eridiana expertin bereit kenne noch ein paar andere lassen wir das ding jetzt sie einfach stehen oder was das ist weg wir wollten verschwinden ok begibt sich zum schiff im trocken doktor radars wo ist denn das ok da waren wir gerade schon mal da standen wir davon ok drücke er um den orbit ansicht heranzusungen es geht nicht weil es x ist aber wir konnten los ich habe auch so spiel geklickt das ist nicht so nett wo bist du hin und das dringend ja du bist nicht alleine willst du das noch in der folge machen oder wie lange haben wir denn noch nicht mehr so lange ich kann mal nachgucken wir sind bei 19 ja dann beenden wir die folge hier oder ja dann freunde wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da wenn ihr nichts verpasst und heute ein abo schaut auch bei gaming ninjas vorbei bis dann heute rein ciao 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 ciao